Wie viel John Nelson Darby steckt in Tobias Riemschneider, John MacArthur, Roger Levy, Abdul Memra, Michael Kotsch oder Lothar Gassmann? Ja, ich habe einfach mal eine Aufstellung gemacht. Zuerst muss man wissen, wofür stand Darby eigentlich? Darby war Calvinist. Das heißt, diese ganzen Punkte, die im Calvinismus den beinhalten, das muss man mal nachlesen. Und dann weiß man eben, dass zum Beispiel Darby, Tobias Riemschneider oder John MacArthur eben Calvinisten sind. Also ich finde den Calvinismus sehr übel, weil er zum Beispiel sagt, dass Gott die Menschen aussucht, die gerettet werden und der Rest geht eben in die Hölle. Er hat sie also produziert, er hat sie hergestellt, er hat sie geschaffen, damit sie in die Hölle gehen. Es ist absolut widersprüchlich zu meinem Bild von Gott. Denn wir wissen, es gibt ein Gericht und ein Gericht macht irgendwie keinen Sinn, wenn die Menschen eigentlich schon wissen, dass sie in die Hölle gehen oder schon wissen, dass sie in den Himmel kommen. Es macht alles gar keinen Sinn, da braucht man kein Gericht mehr machen. Also es ist in sich komplett widersprüchlich, absoluter Blödsinn. Und dann, was viele nicht wissen, Darby war auch ein Babytäufer. Er hat die Babytaufe, er hat selbst getauft und hat die Babytaufe auch verteidigt und hat gesagt, dass andere sündigen, wenn sie nicht Baby taufen. Also aus Sicht von Darby sind Tobias Riemschneider, John MacArthur, Roger Libby, Abdul Memra, Michael Kotsch und Lothar Gassmann Sünder, weil sie eben nicht Baby taufen. Ich kann es nicht erklären, wie man jemanden, der zum Beispiel die Täufer umgebracht hat, wie Calvin, dass man dessen Lehre gut findet, obwohl man sich eigentlich auf die Taufe, auf die zu den Täufern zugehörig fühlt. Das ist absolut lächerlich. Ich habe jetzt bei Tobias Riemschneider eine Predigt gehört, dass er auf der einen Seite sagt, er ist Calvinist und auf der anderen Seite gegen die Babytaufe ist und dann auch noch die Täufer mit ins Boot holt. Also er folgt Menschen, die haben die Täufer umgebracht. Also das ist für mich unvorstellbar. Also man kann nicht auf der einen Seite auf der Seite der Täufer sein, auf der anderen Seite auf der Seite von Luther oder auf der Seite von den Calvinisten. Das geht nicht. Also es ist total widersprüchlich. Es ist völlig schwachsinnig. So und jetzt geht es weiter. Wir sehen, dass das Zentrum mit Roger Liby, Abdul Memra, Michael Kotsch drei Fünfte Darbyisten sind, weil sie drei Punkte eben von Darby übernehmen, die eigentlich der Kern ihrer Lehre ausmachen. Und ja, das sind Streitpunkte, die die Christenheit einfach sehr stark teilen. Vor Darby war das eigentlich kein Thema, die Unverlierbarkeit des Heils. Das war klar, dass man seinen Heil verlieren kann. Und in der Bibel gibt es 80 Warnungen, dass man seinen Heil verlieren kann. Also wie man auf die Idee kommt, dem zu folgen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Voreindrückung, da kann man zu stehen, wie man will. Wir werden es sehen. Aber was ich bei Lothar Gassmann zum Beispiel klasse finde, ist, dass er sagt, lieber bereite ich mich auf Verfolgung vor. Und diese Sichtweise haben doch recht viele. Recht viele, die sagen, besser ist, ich bereite mich auf Verfolgung vor, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und lauf nicht ins offene Messer, dass man das Malzeichen annimmt und dass man bei Verfolgung abfällt. Weil man einfach nicht tiefe Wurzeln gebildet hat. Was alle gemeinsam haben, ist, dass sie an das Aufhören der Gaben glauben. Sie ignorieren das, was 1900 mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes und so weiter passiert ist. Sie ignorieren es einfach. Sie wollen es in der Bibel nicht überprüfen und sich damit nicht auseinandersetzen. Und ja, das ist jetzt einfach mal eine Aufstellung, dass jeder mal sehen kann, wo stehen die Einzelnen. Und es ist einfach wichtig. Also ich finde es auch so widersprüchlich, wenn man sich das einfach anschaut. Also für mich persönlich ist Lothar Gassmann mein Favorit, weil ich mit Lothar Gassmann in ganz vielen übereinstimme. Auch bezüglich seiner Kritik an der Unverlierbarkeit des Heils. Er sieht nämlich, und er hatte auch Videos darüber gemacht, dass in der Bibel es eindeutig beschrieben ist, dass das Heil verloren gehen kann. Es gibt 80 Warnungen in der Bibel. Die kann man nicht einfach wegwischen. Und genau, das ist das, was ich euch einfach mal weitergeben will. Für mich sind die Brüdergemeinden drei Fünftel-Darbyisten. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie sie mit John Nelson Darby übereinstimmen können, der letztlich auch die Brüderbewegung geteilt hat und so viel Schaden verursacht hat im Leib Christi. Die Brüdergemeinden drei Fünftel-Darby